Jo Leute, was geht das? Dodo am Start und heute machen wir mal die leckere Feta Pasta, da habe ich Bock drauf. Wir brauchen eine Auflaufform, Cherry Tomaten, Feta Käse, Knoblauch und Nudeln. Also ich habe jetzt die Fossilien. Ja, let's go. Ja Leute, wir tun erst hier unseren Feta rein. Dann kommen unsere Tomaten so schön nach außen rum. Dann hier Knoblauch. Genau, dann kommt noch ein Schluck Öl rüber. Die hatte Olivenöl genommen, aber ich nehme jetzt hier einfaches Sonnenblumenöl. Und dann kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Genau, und dann kommt das alles in den Ofen. Und zeitgleich werden die Nudeln gemacht. Und wir sehen uns dann nachher wieder. So, jetzt haben wir das Ganze verrührt und jetzt tun wir einfach ein paar von unseren Nudeln hier rein. und vermindest dann alles. Hört euch den Sound an. Boah, Däger geil. Da habe ich jetzt Bock. Ehrlich, krass. Ich würde spontan den neuen von Sim geben. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.